ja er hat er dann hat sie gar nicht weiter mit mir und markus und jetzt ein bisschen so mit schluss reichen maurt warum auch immer ich will es nicht gar nicht mehr war jetzt folgt die klären sich immer selbst in der war vorher ich habe als erster er ist jetzt also ich wollte er eine befehlte ich habe schon alles wir wollten sage ich mit zombies aber wir wollten eigentlich so ein bisschen so teamplay einer gefriert einer brennt ab und weil den zombies machen aber leider hat uns pvz mal wieder einen strich durch die rechnung gemacht und uns nicht in sein zombie team gelassen aber hier abgeschossen was wüsste ich ja man die wohnen der gart und ich ausgeführt du bist offline gegangen und ich habe gar ein paar vier oder fünf wacke mit einer brunde gemacht ich wurde verwendet wurde von origin abgemeldet doch übelst klick oder eben so wüsste ich du bist ja auch offline gegangen was erwartest du wenn du offline gehst darfst du nicht weiterspielen projekte ich habe einen eingefroren und gekillt weil du nicht da bist hat haben wir die challenge nicht geschafft die bohne kann wieder rapen nein ich habe sie zu weit geworfen aber ein kill hat sie gemacht ein einmal zombie geil also die zombies hier die haben was drauf auch wenn ich tako noch nicht gesehen habe da tako hat noch null kills 250 punkte was geht los mit dem jungen der reist ja gar nichts aber ich erwarte tako so als level 150 so wie im ersten garten verloren so tako ein kill das war der entscheidende kill das wäre ich will auch da hier wer es hier ist das auch wieder das war das war alle ersten bis auf ein bisschen ja der läuft gerade vor mir das haben blumen tippe aber es ist schon wieder ein bisschen sie wollen schon sie wollen auf einer bambusleitung umhälten ist so alt kurz mich wieder an und sind jetzt und den tp gesaved hier eiskalt hehehe wortspiel so jetzt geben wir dem parolantologen ein bisschen eis damit sein tanken bisschen runterkühlt weil das ist schon ein bisschen schwierig dann so mit hohen temperaturen und dann ohne eis und so das ist schon und dem da oben schenkt man auch noch ein paar eisbowls aber ich treffe ihn leider nicht das lexel die captain schon wieder diesen verkackten garten kann unser team eigentlich überhaupt gar nix ne also ich also geht halt schlecht aber jetzt haben wir ein bisschen leck da ich schicke ja es leckt für mir aber auch Digga es leckt für mir auch zwei kills alter oder ja ich hab drei kills aber es leckt da habe ich nur ein die kriegt die sie haben die tp wenn ich nix haben sie im flechten Arschgeweih das haben sie auf jeden Fall wow was haben wir jetzt gekillt Presslufthammer hat mich getötet also ich werde überfahren aufgutig warum Käptchen nicht schon wieder mit drei Zombies und es ist niemand im Garten 5 Zombies und es ist einer im Garten ja das bin ich und ich hab grad zwei kills gemacht dies ist nice man oh Taka hat auch drei kills gemacht so was war jetzt unsere Challenge genau ich muss jemanden einfrieren du musst ihn töten oder? ja ja der will nicht frieren den ist zu warm bist du oh das Taka ich rapee Taka ich rapee Taka ich rapee Taka aber der hat fast nichts mehr 38% für das dass ich schon so angedamaged war rape was Taka? nein ich dachte er ist wie wieder mit Zift 4 hier weil ne Taka rennt mit auf irgendeinem Inschirung ich weiß nicht welch nicht ich hab nicht genau drauf geachtet halten in Schieb das war zum Garten also ich bin schon im Garten lass mal auf das Haus hier oh oh da kommen sie schon da da ist jeder so ein ganz schön frier ein jetzt hüpfte wieder weg Multi Rockets ich habe ihn leider getötet weil er nicht eingefroren ist auch das ist ja ja ich bin schon aber du wirst nicht gut angezeigt Alter du wirst ich behindert oh das sind sie mit Weihnachten grün angezeigt das mache ich nicht Alter ich werde schon wieder gerabt aus Einrichtung von Ingenieuren auch ich genauso und ich werde sterben danke ich habe mich schon gelegt Scheiße Elektriker ich habe mal übelste Fikt und dann kommt ein Scheiß jeden PC-Fetzer ich habe 9 HP und zack tot eine Rocket Mehrfach Rocket hat er einmal den ganzen Garten zu Tode gespampt nur um mich noch zu killen die Zombies sind richtig gut die Runde muss ich schon sagen naja scheint es als wäre die Challenge hier ziemlich schwer weil wir müssen uns auf den selben Gegner konzentrieren aber solange die uns so raten können wir einfach nichts tun ich krieg direkt eine ZBG ins Gesicht wenn ich respawn was ist los bei den Leuten so Markus wir brauchen hier unser Missionsziel ok der brennt ich muss ihn einfrieren ah ne ich habe ihn nicht eingefroren ich habe ihn nur getötet sonst hätte es schon gezählt der hatte zu wenig Leben du darfst die nicht so früh töten man wir müssen feuer einfrieren oh shit alter ich klicke halt auf die Fresse wir haben da hinten wissen wissenschaftler oh nein wichtig er hat mich gefickt oh das ne ist dann nur mir alter ja das bringt uns nix 3 hams im Garten heimlich doch tut ich bin hart am verrecken aber auch hart am killen und bin darum zweiter also schlecht ich will natürlich nicht aber die Challenge läuft ja grad nicht so der wurde hart gefickt das brennt ja noch als Verwerbster ja richtig logisch ein plumpesklub verfolgt mich und ich kann nichts tun ich habe einen eingefroren im Garten ich habe ihn getötet weil du nicht da warst hab wieder eingefroren jetzt müssen wir uns verbinden hier wo sind Gegner nix aber ich habe nur 4 HP alter alter jetzt bin ich tot alter alter senkschuss oh der senkschuss typi hat gerade einen laserschuss bekommen nein botte das megafon hat leider die die wiederbelebung abgebrochen ok der Garten ist verloren ich renne in den Garten rein und krieg instant wieder eine lange Bombe ist verloren doch ist verloren wie heißt nicht ich ist es verloren zwei Minuten und schon mal ja eine Minute so Bohne Bohne in der Garten hau alle Bohnenrollen ja ich habe hier gemacht Erzfeind wer war's nicht tako naja genau was hier los ja hier ist der Fall ist oh ich war noch keine Ahnung als einzige Mal von Tako getötet was mit dem Loser ja doch mich hat er hat er mich ja mich hat er schon oder oh scheiß es gar nicht ich habe mich tako getötet er soll mich ja 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 mich hat er getötet einmal dadurch schwer dass er eigentlich zu mir schlecht gespielt hat hat er auch nur Chris gehabt der Anfang ja da wieder einer eingefroren aber jetzt habe ich ihn leider wieder getötet weil du nicht da warst weil auch wieder eingetötet aber ich weiß nicht wo du bist weil du kein grünes Ding hast das Problem bei mir zieh dich nie das ist wenn man zu mir dann beim tp auch gar wenig ist der Rest oder links rechts und der ist aber so gut wie eingefroren aber jetzt war da von dem anderen Erbse gekillt er ist tot und ich bin auch tot ey bei Dave versucht sich zu holen ok ja dann machen wir hier unsere Challenge oh das 5 Sekunden oh die Wicht Kick hat mich nicht erwischt Lacke what the fuck oh all hab ich dein Leben gerettet alter ja das ist das so ich sei es oh oh also einer hat er gehört uuuh Ritter ja ich hab doch mal durch und einer mit auch noch gerettet für die Gegner mit dem Gericht es kann versuchen ja aber 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 Mama jetzt nicht ok so schlecht gibt es zu verlängster Gang wir nehmen uns die Wissenschaftler ah das ist ein Wissenschaftler der zu wenig live den schaffe ich wahrscheinlich nicht mal einzufrieren das Worte weiter mit dem Jungen er ist der Herr Bodenbeschwunden bei dem das steht nur Wichser wir einfach die ist drei Ersten wahrscheinlich verfolgen da drüben ja das EP Räten ist er wieder zu verpecken der Wichser ja Boney Boney mit Dribble vierfach Gelb vierfach Gelb vierfach Gelb oh ja zweit ist Alter und den Boden haben aufgeräumt da war eingefroren Kalec hier bei mir schieß einfach in die Garten jetzt hier der hier der hier vor mir ja keine Ahnung hier wird so sehr hier oben wo jetzt bin ich tot noch Jürgen 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 Kirchen Jürgen 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 Wer hat mich gebeten Gott Palenbogne überlebt und ich darüber sechs Schuss geklitt Gesellschaft Christus Finale GMark der jetzt muss sich die Leute hinter den den Dingen einfrieren Du wusstest mit Feuer Rave. Oh, stimmt doch. Hä? Loll? Der Wissenschaftler hat plötzlich verschwunden. Wenn ich mal so eine Animation gehabt habe, wo er sich teleportiert. Na, weg. Wo bist denn du? Ich stehe auf dem Golfhaus und spamm jetzt dann hinten auf den Golfball. Okay. Ado. Wenn dann. Denke mal, wo bist denn du? Ja, die Eisdinger umschilt. Das ist einer. Ja, siehst du mich hier? Ich schieße die Eisdinger auf den auf dem Dach. Oh. Alter. Ich geh auch halt auf die Fresse. Aber 8 HP. Oh, 8 HP, ich bin hier bei dir. Da oben ist aber noch einer Vorsicht. Der will mich. Taco. Das ist nicht Taco. Naja. Das stimmt, der sich. Hier hat es noch einer drin. Er ist hier angekält. Soll jetzt... Aber das ist jetzt natürlich lauter Kloster unten. Aber warum ist der denn... Drohne? Wohlen, Wohlen, Wohlen. Okay, die unten am Ball. Ja, die müssen wir. Oh, okay. Ja, ich habe einen eingefahren. Oh, okay. Taco hat mich gekillt. Battle Art 2. Aber ich glaube, du hast eine von den gekillt, die dich eingefahren hat. Ich glaube auch, ja. Weil ich hatte einen direkt hin am Ball eingefahren. Dann haben wir die Challenge geschafft, Alter. Ja, natürlich. So geil war die Challenge jetzt nicht. Darum würde ich sagen, probieren wir es beim nächsten Mal. Auf jeden Fall noch mit den Storms, ob es da besser geht. Ich denke schon. Weil du angereist. Aber ich habe den Bohnereit. Taco hat mich schon wieder getötet. Der lässt 4-1 gegen mich, der Taco. Der kämmt aber auch nur hinten und spammt rein. Selber schiebt er überhaupt nicht. Mensch, Kämpfer. Spielen kann ich jetzt nicht mal Spawnen oder was? Nee, du nicht. Du lackest wieder. Und da ist wieder Tag los. Und da ist wieder Tag los. Und Taco hat mich wieder getötet, weil er nicht beim Ball war, sondern mich gejagt hat. Der jagt mich, der Jogi, der jagt mich. Aber er merkt, dass er nichts tut als Spiel, irgendwie. Dieses Spiel. Ah, da kommt die Kugel. Schieben, wenn der Kugel da war, ein paar Brot enthält. Alter, wie? Yeah, kids. Ich auch. What? Nein. Wer ist der Diologe überhaupt nicht weg? Achter, ja, voll rechts, sei all das. Ja, ich, oh. Ja, der wo gebrannt hat, ich habe ihn eingefroren und getötet. Er hat gebrannt und war eingefroren gleichzeitig. Ja, das ist brandweich. Ja, eben, wir haben es wieder geschafft. Das erste Mal richtig, würde ich sagen. Ja, das erste Mal richtig, das erste Mal war es schwer zu sagen, ob das alles jetzt von mir war oder von jemand anderem, aber jetzt haben wir es offiziell auf Band gehabt. Wobei, ich habe 100 irgendwas damit gemacht und kill. Bone Internet hole. Ach, da war nur einer drinnen. What the fuck? Ja, ja, aber diesmal war er nicht eingefroren, aber ich habe auch mit drauf geschossen, aber von hinten bekam Z4. Ja, das schaffen sie auch wieder locker. Die Zombies waren richtig gut, die Runde. Aber ich habe auch ziemlich viele Highs. 125, 150, 93, 73, 52. Also, damit kann man sowas schon gewinnen, weil es sind alles erfahrene Spieler. Kann man schon verlieren. Fuck. Tops. Na ja, da kam wieder ein Rocket von der Seite. Aber alle in dem Team hüpfen über am Rand rum, töten erst ein paar Pflanzen und rennen dann rein. Irgendwie, keiner von denen macht es so Selbstmordkommando. Keine Ahnung, wo ich bin. Ja, du Danster. Ah, da, da bin ich. Da wieder ein Stück zurück, da bin ich. Allerdings am Bildschirm bin ich dran gehüpft. Naja, 9830 Münzen für die kurze Runde auf der Map ist es okay. Erster Platz, meiste Kills. Also, man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren über das, was ich hier gespielt habe. Aber die Zermis waren einfach überlegen, unsere Leute, naja, 0,5, 1, 4, 4, 7 und die anderen 8, 8, 9, 10, 9, 13, 13. Das ist dann halt schon ein Unterschied, ne? Und damit, Leute, würde ich sagen, holen wir uns nochmal ein hübsches, unglaubliches Glitzerpäckchen. Nie immer natürlich. So zum Abschluss. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal irgendwie, irgendwie mal die Chance hier, das mal fertig zu kriegen. Ich bezweifle es langsam. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Seine weiteren Folge, PVZ oder was auch immer. Servus und ciao. Ciao.